Willkommen zu Part 2. Diesmal wieder mit dem Sleeper-PC. Die Kommentare waren gemischt, manche fanden es scheiße. Wie angekündigt, wir machen trotzdem weiter. Wir werden noch weiter auf ein paar Sachen eingehen. Ich meine, es lässt sich wahrscheinlich auf andere PC-Bauprojekte adaptieren, generell auf die Planung. Im nächsten Schritt werden wir erstmal das Unnötige aus dem Case rausnehmen. Das hat man auch bei anderen PCs und bei PC-Bilds, dass dann gewisse Sachen störend sind für das Bild. Witzig fand ich aber auch, dass ich ein paar geschrieben habe, es waren viel zu lang, aber die Mehrheit geschrieben hat, sie fanden es gut und würden noch mehr. Nein, einen Podcast würde es nicht geben, da habe ich absolut keinen Bock drauf und es würde viel zu lang werden. Wir werden das Case jetzt vorbereiten und hatten uns jetzt schon geeinigt, dass wir diesen Steg hier lassen, damit wir eine Fläche haben, an der wir den Radiator befestigen können. Wir haben auch nur einen Radiator vorne für das ganze System. Wird schon schief gehen. Ich versuche übrigens, das ganze Projekt technisch so zu planen und zu legen, dass wir auf einen neuen Ryzen 5000 irgendwie setzen können. Das wäre natürlich cool. Wahrscheinlich guckt das gerade irgendein Maler und regt sich darüber auf, wie scheiße ich hier das abklebe, aber muss damit leben. Legen wir gleich mal los. Vielen Dank. Musik Wie ihr seht, fehlt jetzt hier vorne ein Stück weit. Ich wollte gerade hinten sagen, ist aber vorne. Wir haben jetzt hier nochmal einen Steg rausgenommen. Falls sich jemand fragt, oh nein, da fehlt doch jetzt eine Schraube. Ja, es gibt noch ungefähr sieben andere Schrauben, die dieses Mainboard halten. Ich weiß nicht, ob es wirklich sieben sind, ist mir egal. Auf jeden Fall ist ein Steg oder ein Punkt jetzt weg. Den haben wir extra breit rausgenommen, damit wir hier dann schön mit den Kabeln durchgehen können, die dann hier ins Mainboard reingehen. Und im nächsten Schritt wird es dann halt noch schwarz lackiert und dann schauen wir, was wir noch für die Folge kriegen. Deswegen, wir wollen jetzt ein bisschen mehr hier reinpacken, damit es halt nicht zu langweilig wird. Musik Wie ihr seht, ist das Gehäuse von innen jetzt schwarz lackiert. Das hat der liebe Kamera Klaus gemacht. Und ja, ich glaube, damit geht es weiter mit den Kabeln. Ich bin eher dafür, dass wir das Mainboard aufgrund von Arbeitsspeicher-BIOS-Problematik nochmal durchstarten. An dieser Stelle geht auf jeden Fall Credits an einen Zuschauer, der gesagt hat, guckt doch mal bei CSL-Computer, Schleichwerbung. Aber die haben das als Aufrüstkit im Bundle gehabt mit dem Mainboard. Da habe ich halt einfach das Kit gekauft, um die CPU zu bekommen. Was man halt so macht. Wer ist unser heutiger Sponsor? Mit dem iFixit, Manta und Marco-Bit-Set bist auch du bestens ausgestattet. Das Manta-Kit besteht aus nur 12 Bits und enthält nicht nur die wichtigsten für den PC-Bau, sondern auch für alle anderen gängigen Alltags-Gadgets, wie beispielsweise iPhone, MacBook-Konsolen etc. Das Manta-Kit bietet außerdem zwei magnetische Bit-Halter aus Aluminium mit Drehkappe. Das kleinere Marco-Set kommt mit einem dieser Bit-Halter und 64 Bits. Beide Kits kannst du auf Instagram gewinnen. Mehr dazu gibt es in der Videobeschreibung. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich habe ja schon letztens ein Video gezeigt. Es gibt so ein paar BIOS-Arbeitsspeicher-Probleme. Und ich bin gespannt, ob Vollbestückung sein Vater jetzt funktionieren wird. Du hast die Ehre. Ah, gehen an. Jetzt kannst du loslassen. Ich sehe sie nicht von hier. Bleibt jetzt aber stehen. Jetzt geht aber rot. Das ist nicht so weit. Jetzt ist grün. Jetzt müsst ihr einmal noch grün leuchten und kriegt jetzt ein Bild. Denn ich glaube, auf dem... Wow. Genau, 12-12 hatte ich damals drauf gemacht, wie im Video gezeigt. Und bis ich dann das neueste BIOS habe von ASOS, kann man es das mal so lassen. Wir wissen, das funktioniert. Die richtige Performance werden wir dann später noch ausprobieren. Schon mal gut. Ist ja gar nicht so untypisch, dass das eventuell nicht klappen könnte. Gerade mit Vollbestückung und Arbeitsspeicher. Aber es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ah, Mann. Oh. Oh. Was war das denn? What the fuck? Weiß es nicht. Nachdem Lars gerade das Mikrofon gekillt hat, welchen CPU-Kühler haben wir? Den EK Waterblocks Velocity Kühlkörper. Ja, jetzt bin ich aus dem Kontext. Mit addressable RGB. Ja. Da hast du es gerade so ein bisschen durch, weil er ja tollpatsch ist. Und gerade frisch eingetroffen hat der DHL-Boy gerade frisch abgeliefert. Ist auch etwas für euch mit dabei. Und zwar das Manta als auch das Marco-Kid, wo gerade die Verpackung von Velocity noch so ein bisschen davor steht. Und in Kürze gibt es dann auf Instagram das Ganze zu gewinnen. Und was gibt es noch auf Instagram? Da gibt es jetzt GamingGuides.de. Das wird hier erstmal schön eingeblendet. Sehr schön eingeblendet. Danke. Diesmal wirklich schön. Ja. Mit dem Symbol. Okay. Da veranstalten wir ab und zu PC-Battles. Das heißt, ihr könnt uns Fotos schicken an diesen Kanal. Bitte nicht an Sensualis Hardware Reviews. Sonst wird das ein bisschen zu viel in seinen Direct Messages. Die Regeln findet ihr im Profil unten, da wo diese Story-Highlights sind. Da könnt ihr draufklicken. Könnt nochmal durchklicken, was es da so gibt. Und da werden wir dann auch benachrichtigen, wenn es neue PC-Konfigurationen gibt. Wie zum Beispiel mit den neuen RTX-Grafikkarten. Das wird jetzt eigentlich Tetris für Reiche, um es mit deinem Wort zu sagen. Und das gute Netzteil kommt jetzt hier rein. Und die Farbkombinationen sollten mittlerweile klar sein. Es wird schwarz-gelb. So. Und jetzt ist die Herausforderung. Ja, es sieht lang aus. Aber der Punkt ist halt einfach. Wir brauchen es lang. Und eng. Ich glaube, wir haben relativ häufig in diesem Projekt das Wort eng benutzt. Eng ist immer besser. Genau, wir müssen da, glaube ich, noch relativ zentral rüber. Da genau hier an diesem Steg nicht. Okay, und dann hätte ich nämlich gesagt, verzichten wir auf irgendwelche Cable-Comps. Dafür haben wir einfach keinen Platz. Und ziehen die anderen Kabel, die jetzt hier noch unten drunter sind, so ein bisschen drunter. Das ist jetzt nicht schön. Ja, das wird ja noch schön gemacht. Genau. Wir brauchen jetzt erstmal nur ein Testing. Beim Frontpanel müssen wir mal gucken, dass wir den Stecker noch umbauen. Weil der passt nicht auf den typischen standardisierten Anschluss. Der ist halt irgendwo so HP-technisch. Thema Grafikkarte. Wir hatten ja eigentlich ursprünglich geplant 3070. Dann sind wir jetzt eigentlich schon in der Zeit, weil gestern war Release von 6800, respektive XT. Natürlich haben wir nichts bekommen. Das Problem ist, für Influencer Deutschland hat AMD keine Karten. Wir nehmen einfach irgendeine Grafikkarte, die jetzt hier in der Nähe ist. Was haben wir denn hier so? Eine 3070. Passt nicht. Was haben wir hier noch? Ach, die ist schön. Wir nehmen natürlich diese Grafikkarte von MSI. Oh, da sparen wir uns auch die Kühlung mit, der Wasserkühlung. Ja, hier ist ja schon ein Kühlkörper drauf. Finde ich gut. Perfekt. Also ich meine, wenn wir jetzt hier gucken, also... Oh, das war, äh, seitenverkehrt jetzt. Ich meine, guck mal, das ist doch, also für die beste Grafikkarte, die jetzt hier reinpassen könnte. Wir haben jetzt ein bisschen unter 27 Zentimeter Freiraum von vorne nach hinten betrachtet, also Radiatorrichtung I.O. Bereich. Im Custom-Bereich habe ich nur eine TUFDA, also Asus TUFDAF TÜV und die ist einfach zu lang. Das braucht das Board an sich zu lang. Mesen, Mesen, Mesen. Von I.O. Blender zu... 24. Das Gute ist, es kommt eh schon ein Block für die Karte rüber. Es ist schon, wird morgens zugestellt. Wir werden wohl eine 3080 verbauen. Yay! Das heißt, wir werden sogar wieder höher gehen und es passt dann natürlich wieder mit der CPU, weil ein Ryzen 9 5900K... Ryzen 9 5900K... Braucht natürlich auch was fettes. Was? 5900K? Äh, sorry, 5900X. Ich glaube, Florian schlägt dich bei. Wenn du das kombinierst. Es tut mir leid, Intel. Das war's für's sehen. Äh, im Teil 3 werdet ihr auf jeden Fall nochmal sehen können, wie wir dann nochmal zu Sven fahren. Sven Ska. Aka, äh, ich hab den Namen vergessen. Steel K, Key Customs. Steel K, Key Customs. Und dann werden wir dieses ganze System voll Wasser kühlen. Mit einer 3080 und einem Ryzen 9 5900X. Also seid gespannt, bleibt dran, schaltet das nächste Mal wieder ein. Folgt Gaming Guides.de auf Instagram, folgt Zen Chili's Hardware Reviews auf Instagram. Folgt Lars auf Instagram. Wenn ihr darauf Bock habt, folgt auch mir. Und lasst ein Abo da. Du hast einen RGB-Hund. Was will man mehr? RGB macht alles besser. Auf meinen Hund.